1880 Nein, das ist nicht so viel besser. 1880 Nee, aber ein Stab wäre gut. Fahre mal schneller. Gutes nicht. Er ist wieder bei 38. Es gab doch Schnelle, oder? Ja, Kamera ruckelt über ein bisschen her. Schau mal, ob ich es kaufen kann, sonst sehen wir uns wieder, wenn ich in Monsignor angekommen bin. Bis dann, tschüss. So, wieder da. Ich kann es noch nicht kaufen, aber ich muss es aufladen, die Kreditkarte. Und dann kann ich es mir kaufen. Jetzt müssen wir halt laufen. Also, ich wollte eigentlich das andere Ding machen, aber... Ja, irgendwie habe ich keinen Bock alleine zu gehen. Okay, wir sind mit euch reden. Was euch nicht da ausmacht. Ja, hier ist nichts mehr. Also, nach Monsignor geht es oben durch. Ist das nahe? Ja. Ist das näher? Da ist es so niederländisch. Ländisch. Schade, dass die Musik immer die gleiche ist. So, ein Alizios Lied, weiß ich, wie es ist. So ein Zötis Lied, oder Allgemein Lied. So ein Zötis Lied, oder Allgemein Lied. So ein Zötis Lied, oder Allgemein Lied. So ein Zötis Lied, oder Allgemein Lied, oder Allgemein Lied. Oh, die sind schon noch alles. Ah, da hat er eine grüne Feder. Usain Sankt Hina, was hat das denn den Namen? Ja, was planen wir noch so auf dem Minecraft-Server? Ja, wir planen Dungeons zu machen mit Jump'n'Run und Herausforderungen, Rätsel und solche Sachen und Quests drin. Vielleicht noch ein Endos oder so, aber da müssen wir irgendwie planen. Die kann man mit Sikitis und Plugin drauf machen. Das sind halt auch normale Personen wahrscheinlich. Also man kann auch einen Enter-Drach oder so machen, aber dann zerstört er alles oder so. Aber z.B. ein Enderman oder so aus Green oder ein richtiger, der dann immer wieder spawned und einfach in die Knie geht. Meister der Bergkappeln schon mal. Das ist der Name. Wahrscheinlich einer der längsten Namen in der Regnung. Ich ziehe keine Weihnachtsbäume. Oder ist die Siren schon wieder fährt? Was ist, wenn man durch das Portal dort geht? Ich gehe mal rein. Ich gehe mal rein. Ah, das ist eines, das zu Schlachtfeld führt. Genau. Den lieber nicht rein. Das führt zur Mauer und irgendwie ist das an der Mauer vielleicht ein bisschen nähe. Das ist der Mauer. Ich habe mich nicht getroffen. Ich hab's geschaffen. Das ist der Mauer. Ich habe mich nicht getroffen. Lade. Ich will, dass du ladest. Cool, wir sind ganz oben. Scheiße. Wir sind ganz oben. Scheiße. Nicht gut, aber wenigstens ein bisschen nahe und man kann nicht mehr zurück. Wieso? Ist das so unfair? Großer Taggefängnis, wie groß ist denn diese Karte? Ich töte mich, glaube ich mal. Ne, dann lande ich wahrscheinlich wieder in Hoxdodd. Wie heißt es? Goxdodd, genau. Hoffentlich greift mir kein Gegner an. Kein Spiel. Hier ist alles so verdarrt und da ist schon wieder Wald. Na, wuerpäin. Hier können wir uns diese Gegend mal anschauen besser. Sieht taktisch aus. Geist. 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 mit Max. Oh, das ist das schon wieder weg. Da kommt ein Ding hier. Das ist schon wieder weg. Ja. Der ist weg. Schade. Vor morgens, da war noch einer, aber... Der ist wahrscheinlich auch weg. Dieser Baum tut... Der ist aber sehr schön gerade. Da ist einfach nichts los. Ist einfach nichts los. Wenn ich ein Reitier hätte, könnten wir Reisquests machen, aber... So, 2 Level... Nee, kein Dok. Ahhhh... Da ist einfach... Kleiner Gesundheitstrank. Wow. Den benutze ich so ist ja nie. Ja, vielleicht später dann. Der war das ja nicht. Cool. Und jetzt waren wir am Spielen. Und jetzt waren wir am Spielen. Ja. 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 Ich bin zu süchtig geworden wegen dem Ding, das ich vorher gefunden habe. Ich will auch ne Weihnachtsmütze. Wo ist ne Weihnachtsmütze? Mütze, Mütze, Mütze. Ich schlage ne Mütze. Ich trage ne Turban. Und will ne Weihnachtsmütze. Hallo? Questgeber, wo seid ihr wieder im hintersten Caf? Ich will nicht, dass du das nimmst. Ja, cool. Wohin muss ich das machen? Okay. Die Mitte. Ich könnte mich mal vorwarten, aber ich glaube nicht, dass ich... Das könnt ihr heute in der Folge machen.